Hallo Ferris! Wir begrüßen heute den Ferris hier. Er ist ein ganz ganz toller Hundemann, verträglich mit Rüden und Hündinnen, eher etwas devot, nicht aufdringlich, sehr sehr angenehmer Hundemann. Du bist ein ganz großer Schatz. Jetzt zeig dich mal, zeig mal wie schön du bist. Wirklich toll. Man sieht hier, er genießt, genießt, ohne dabei irgendwie aufdringlich zu sein. Das ist doch toll. Absoluter toller Hund. Also wir können uns Ferris an so vielen Orten vorstellen. Er passt eigentlich durch seine wunderbare Art überall hin. Na Ferris? Wir müssen ja nur noch was Schönes für dich finden. Ja, machen wir das. Oh, du bist so toll. Ein ganz ganz toller Hund. Alle Ruhe? Ja.